Herderseits, ich bin Sammy und heute habe ich für euch ein ganz neues Video. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon lesen können. Teure Produkte, Luxusprodukte, die es wert sind. Und bevor ich damit anfange, ich habe eine richtig geile Verlosung für euch. Und zwar verlose ich ein Paket voller Luxusprodukte und elektrischen Gadgets, die ihr gewinnen könnt, indem ihr einfach nur ein Abonnent meines Kanals seid und dann schon dabei seid. Also treten meine YouTube-Family zu, indem ihr meinen Kanal abonniert. Dann bekommt ihr nicht nur coole Geschwister dazu, sondern auch einen coolen Bruder. Und ich würde mich natürlich auch riesig über den Daumen hoch freuen, weil es zeigt mir, dass ihr mehr Verlosungen haben wollt. Und dann mache ich natürlich mehr, weil ich will euch einfach immer wieder etwas zurückgeben. Und das Paket ist eigentlich richtig geil. Also ich sage es euch, die Produkte sind auch einige meiner Favoriten. Was ihr auch wissen solltet, ist, dass diese Produkte meine Holy Grails sind. Das sind Dinge, die ich schon seit Monaten und Jahren verwende und auf die ich auch schwöre. Und das sind auch wirklich alles Produkte, die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe. Ich werde euch auch immer wieder schreiben, wie teuer diese Produkte sind. Es ist manchmal echt schockierend, wie teuer Produkte sind, aber es gibt wirklich Produkte, die sind es wert. Ich fange mit diesem Video jetzt an. Lasst mich unbedingt wissen, ob ich so eine Art Drogerie-Favoriten, günstige Favoriten, die ihren Hype wert sind, Video drehen soll. Dann kommentiert es einfach. Indem ihr mir Kommentare schreibt, sehe ich auch einfach, wer von meiner Community einfach immer dabei ist und aktiv ist. Also je mehr Kommentare ihr schreibt, desto mehr sehe ich euch. Und ich erkenne auch immer wieder von Video zu Video immer wieder die Leute, die einfach oft kommentieren. Deswegen, weil ich das einfach nur nebenbei gesagt habe. Womit fange ich denn an? Ich fange mit einem Produkt an, was ich jetzt schon seit über einem Jahr verwende. Und das ist das Bio-Effects EGF Serum. Das hier ist meine zweite Flasche. Dieses Produkt habe ich entdeckt über ein Video von einer YouTube-Freundin, hier auf YouTube, Babs Beauty heißt sie, die gezeigt hat, wie sie dieses Produkt verwendet hat und über Monate ihre Schwangerschaftsstreifen so immens zurückgegangen sind. Ich zeige es euch mal vorher nachher. Seht ihr das? Das hat dieses Produkt ausgelöst. Wir haben es in der Türkei getroffen und ich so, wirkt das wirklich? Weil dieses Produkt ist wirklich so teuer. 15ml kosten 139€. Sie so, nein, das war wirklich ein Produkt, was ihr geholfen hat. Und wenn es so eine unglaubliche Wirkung hat, dann kann es nur gut für eure Haut sein. Also es ist von Forschung entwickelt. Also da steckt jahrelange Forschung drin. Dieses EGF Serum besteht aus Zellaktivatoren, die euer Kollagen in eurer Haut, Kollagen ist das, was unsere Haut eigentlich straff hält, einfach aktiviert. Je älter man wird, desto weniger regenerieren sich eure Zellen in eurer Haut. Und dieses Produkt enthält diese Zellaktivatoren und so viele weitere Inhaltsstoffe, die ich jetzt gar nicht auflisten will. Für alle, die auf jeden Fall mehr Informationen zu diesem Produkt haben wollen, ich habe eine ausführliche Review auf semislimari.com geschrieben. Da könnt ihr mehr dazu erfahren, zu den ganzen Inhaltsstoffen. Aber ich muss sagen, ich merke einfach, wie meine Haut aussieht, wenn ich dieses Produkt einfach zweimal täglich verwende. Und man braucht wirklich nur zwei, drei Tropfen. Es ist super ergiebig. Ich kaufe es mir meistens auch nur auf Flügen von Deutschland nach London, weil auf den Flügen man da immer noch eine 5ml Flasche dazu bekommt, für den selben Preis. Was bei dem Preis für 15ml schon ein richtig geiler Preisvorteil ist. Ich habe ja immer so ganz leichte Stirnfalten. Ihr kennt mich, ich bin ein Augenbrauen-Akrobat. Es hat mir wirklich geholfen, diese leichten Falten zu entfernen. Und ich meine, ich bin 26, aber man sagt immer wieder bei Falten, Es ist besser, seine Falten im Vornherein zu mindern, bevor sie überhaupt entstehen. Und das habe ich auch an meiner Mutter ausgetestet und sie hat auch den Unterschied bemerkt in ihrer Haut. Mein nächstes Produkt ist der Dr. Brunt Microdermabrasion Age Define Exfoliator. Wirkt wie eine Microdermabrasion. Für alle, die nicht wissen, was eine Microdermabrasion ist. Das ist ein Gesichtspflegeverfahren, wo die erste Hautschicht abgetragen wird. Das wird mit einem Gerät gemacht. Da gibt es Hautspezialisten dafür, die das machen. Aber dieses Produkt hat dieselbe Wirkung versprochen. Und ich wollte es immer ausprobieren. Ich habe mich aber nie getraut, weil die Haut danach sehr stark gerötet wirkt. Und man dann auch für längere Zeit nicht in die Sonne gehen darf. Und ihr wisst, ich bleibe ungern nur zu Hause. Ich bin ständig unterwegs. Als ich es damals ausprobiert habe, hat es meine Haut ein bisschen stark gereizt. Aber ich habe dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit gegeben. Und ich habe gesagt, ich probiere es einfach aus. Und siehe da, meine Haut sieht so gut aus wie nie zuvor. Und ich sehe es, ich bekomme auch Pickel, ja. Das gehört dazu, manchmal einfach stressbedingt. Aber damit kriege ich wirklich jegliche Pickel weg. Und die Haut und das Hautbild ist so fein danach, weil diese Granulate, die da drin sind, so ultrafein sind. Es hat einen sehr schönen, frischen, zitronigen Duft. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Man sieht förmlich, wie alte Hautschuppen einfach abgetragen werden. Jetzt auch an meinem Finger. Also es hat eine unglaubliche Wirkung. Ein weiteres Produkt von Dr. Brand ist Glow. Das ist ein Overnight Resurfacing Serum. Das heißt, es ist ein Produkt, was man nach der Gesichtspflege am Abend verwendet und dann einfach schlafen geht. Und die Wirkstoffe über Nacht einziehen können. Am nächsten Morgen steht man dann auf mit einer Haut, die einfach strahlt und ein schöner Teint ist. Die Haut wirkt nicht fahl. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Morgens wacht man manchmal einfach auf und die Haut wirkt einfach so leblos, so farblos. Und was ich an diesem Produkt liebe und das ist immer etwas, wonach ich in Gesichtspflegeprodukten einfach immer schaue, ist Retinol. Retinol ist ein spezielles Vitamin. Das ist Vitamin A1. Und das ist bewiesen, dass es für die Wachstumsprozesse innerhalb der Haut zuständig ist, dass es die Haut unterstützt. Dabei immer fix eine neue Hautschicht zu bilden und das Ganze einfach zu unterstützen, um einfach langfristig das Hautbild zu ebnen, einfach feine Linien zu entfernen und auch gleichzeitig dem ganzen Ter eine schöne Frische zu geben. Ein Produkt, was meiner Meinung nach jeden Cent wert ist. Das fühlt sich auch so gut an gleichzeitig und das finde ich richtig gut, ist Retinol die Wunderwaffe gegen Pickel. Also es unterstützt gleichzeitig auch meine Haut dabei, über Nacht einfach keine Pickel zu bekommen bzw. Pickel zu reduzieren und auch zu entfernen. Wo wir gerade über Pickel reden, habe ich hier ein Produkt und da ist fast die Schrift komplett weg, weil ich das jetzt schon so lange verwende. Das hier ist das Kate Somerville Eradicate. Das ist ein Arknit Treatment, was man aber auch sehr gut gegen Pickel nutzen kann. Also Pickel werden dadurch sehr schnell ausgetrocknet. Man trägt es eigentlich nur mit einem Q-Tip auf. Man geht dann ins Produkt rein. Man sollte es immer auf einer ebenen Fläche lagern. Man soll es nicht schütteln oder mischen. Und dann tunkt man es ein und geht auf die Pickel. Es gibt auch ähnliche Produkte. Und Kylie Jenner, habe ich letztens erst gesehen, hat über dieses Produkt geschwärmt. Aber das war dann nicht von Kate Somerville, weil das habe ich aus den USA. Es trocknet eure Pickel in Null-Kommunix aus. Also in ein, zwei Tagen habt ihr eure Pickel da weg. Es gibt aber ein ähnliches Produkt von Mario Badescu. Ich weiß, dass es das bei Urban Outfitters gibt. Wenn ich das online finde, ich verlinke es euch. Wenn nicht, dann schaut bei Urban Outfitters da vorbei. Also es kostet umgerechnet um die 22 Euro für 30 Milliliter. Ja, schon halbiger Preis. Aber es ist wirklich ein tolles, aber sehr gutes Produkt. Ich benutze es jetzt schon seit Ewigkeiten. Und das ist wirklich gut. So, mit welchem Produkt machen wir weiter? Etwas, wonach mich so viele gefragt haben, nachdem sie meine realistische Morgenroutine gesehen haben. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch in eine weitere Information. Ist das Öl, was ich verwendet habe. Und das ist von Dr. Dennis Groß. Das ist ein Vitamin-D-Serumöl. Eines der besten Serien, die ich je verwendet habe. Das ist ein Öl-Serum, wie der Name schon sagt. Und es beinhaltet aktives Vitamin D. Das ist ein Öl, wie ich selten eines gesehen habe, weil es wirklich super schnell in eure Haut einzieht. Es ist super Feuchtigkeit spendend. Das unterstützt eure Haut, die gewisse Elastizität wiederzubekommen. Und deswegen habe ich das jetzt schon seit drei Jahren und nutze das auch seit drei Jahren herzensgerne. Vitamin D ist sehr dafür bekannt, eure Haut vor Umweltfaktoren zu schützen. Also durch Sonnenschäden, die im Alltag entstehen, wenn ihr einfach unterwegs seid. Generell so Abgase und Bakterien, die in der Luft sind. Also deswegen ein Favorit. Und ein Holy Grail, den ich nicht mehr missen will. Und das ist schon wirklich seit Jahren. Das sind alles meine Lieblings-High-End-Produkte. Und wie mir auffällt, sind das alles Gesichtspflegeprodukte. Ja, das sind meine Gesichtspflege-Favoriten. Dinge, die ihr Geld absolut wert sind und eure Haut einfach aufs nächste Level bringen. Und ihr seht ja meine Haut. Ich glaube, meine Haut ist so das beste Fazit, dass diese Produkte auch ihre Wirkung haben. Ich kann mir vorstellen, daraus einfach eine Serie zu machen, hier auf meinem YouTube-Kanal, wo ich euch einfach teuerpreisigere Produkte zeige, die meine absoluten Favoriten sind in den verschiedensten Bereichen. Das war total ungeplant, dass das jetzt alles Gesichtspflege-Favoriten von mir sind. Aber das sind Produkte, auf die ich schwöre. Das sind Produkte, von denen ich sage, die sind ihr Geld wert. Und die werde ich mir auch in Zukunft immer wieder kaufen und immer wieder darauf zurückgreifen. Es sei denn, es kommen neue Produkte dazu, die ich weitaus besser finde. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich euch einfach mal Produkte vorstelle aus der Drogerie oder die einfach günstig sind, die einfach eine sehr gute Wirkung auf die Haut oder was auch immer haben, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Hinterlasst mir unbedingt einen Daumen hoch. Und vergesst nicht meine Verlosung mit diesen Produkten. Ich glaube, das ist ein Paket im Wert von knapp 500 Euro. Also macht unbedingt mit und seid ein Abonnent meines Kanals und schon seid ihr dabei. Ich finde eigentlich noch hier auf eurem Bildschirm meinen Vlog-Channel, den ihr gerne abonnieren könnt. Und natürlich auch mein letztes Video und so weiter und so fort. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Euer Sammy.